Hey, Internet und Youtube! The real Slender Game! Die Version gefiel mir ganz gut, ich ging auf Streamlight... Ich spiel's nochmal, Sam. Die Greenlight-Thingsbums-Files durch und was schließe ich auf das? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. New Game? Who are you? Noob? Woher wissen Sie das? Okay. Noob. Unendliche Taschenlampen-Thingsbums. Map-Markers. Small Slender. Okay, Gamer. Braucht Batterien für die Taschenlampe. Keine Markierungen. Medium Slender. Paranormal. Batterien, No-Markers. High Slender Agro. Na sicher! Gib mir! What would you do if you woke up in a place you have never seen before? Boah! Ich würde sagen, ich war mal wieder ziemlich angesoffen die letzte Nacht. Okay. Wir starten. Ich schätze mal, natürliches F für Flashlight. Gott sei Dank! Halleluja! Ich hoffe, das wird sich in 30 Jahren nicht ändern. Okay. Wir sehen gar nichts, Youtube sieht auch nichts, sobald ich das ausschalte. Okay. Hey Mr. Slender, bring me a dream. Okay, es geht auch darum, diese komischen Dinger zu finden, ne? Diese... Hallo? Hinweise oder sowas. Hello? Na, das ist so grell. Puh! Somebody should be near. I got to find someone... Ja, natürlich. Der Slenderman. Was ist da? E? Yes, E! Zwölf Dingens muss ich finden. Let's see what is on the other side of the gate. Hallo? Okay. Ohne nicht täuschen. Oder? Mach mich jetzt nicht wahnsinnig. Nicht jetzt schon. Aha! Haha! Haha! Ich hab die Batterie! Okay, ich kann nicht hier rein springen. Foto 0002? Was heißt das? Habe ich eins übersehen? Oder wie ist das? Okay, das Spiel ist im... Better! Better, better, better! Welcome to Green Park. Das heißt, das könnten Bugs etc. sein. Ähm... Legend. Bla, bla, bla. Keine Ahnung. Ich kann keine Karten lesen. Gib mir ein GPS. Okay. Das ist definitiv die andere. Richtig. Okay. I will survive... The Gate! Oh, wer ist das? Ach, das ist ein Baum. Oh, okay. Hallo? Also, ich bin nicht hier, um dich zu retten. Mädel. No, no. Not my business. Ich muss nur die zwölf Dinge. Warte, hier steht's. Ich kann das auch gar nicht lesen. Was war das mit dem Geräusch? Was ist das? Das sind die Geräusche, wenn man dieses Menü aufruft, oder? Meine Güte, fäng dich schon mal hervorragend an. Ich folge einfach den Weg zwischen diesen. Hier geht's auch nochmal hin. Ich weiß nicht, wie lange die Taschenlampe funktioniert. Wenn wir alle nichts mehr sehen, sind wir alle ganz schön am Popsch. Ah, I see. Ähm, wo bin ich? I have no idea. Hier. Ich geh einfach nach... Links... Links gehen Gefahr sehen. Okay. Was soll schon passieren? Einfach zwischen diesen... Dingern hier entlang, oder? Oh! Ein Häuschen. Ich hoffe, hier kommt kein Briefkasten mit Mr. und Mrs. Slender. Blair Witch hier. Okay. Ich komme nicht rein. Gut oder schlechtes Zeichen. I'm not sure. Oh! Achso. Oh mein Gott, mein Herz. Es tut mir leid, YouTube. Es ist jetzt... halb eins... an der Nacht. Okay. Ich habe aber die perfekte Umgebung geschaffen. Oh, another car! Ich seh die Batterien. Futter. Futter. Ein Futter. Könntest du aufhören, so zu stöhnen? Das ist ja... Ist dir kalt? Was für eine Memme. Schon sehr grell manchmal, aber gut. Okay. Gehen wir einfach rein. Und sagen Hallo. Aha! This place feels creepy. Wo ist die ganze Einrichtung? Wo ist die ganze Einrichtung? Weiß, ne? Das wäre ein Fall für Tine Wittler bei Slender. Don't... Back. Don't back. Don't... Was? Don't... Ich kann es nicht erkennen. Das ist... Etwa das ist zu grell. Don't... Hm... Don't back. Okay. Ich werde mich daran halten. Don't back. Vergessen mich. Don't... Hey! Ja, ist doch... Ey, Moment. Hier liegt doch was. Äh... Ich hab nen Schlüssel. War die Tür gerade offen? Hallo? Au! Schlüssel und ich hab zwei von zehn. Den Report kann ich nicht lösen. Was war das? Da kann ich doch gar keine Seite erkennen. Ich muss hin und wieder an und aus knipsen einfach, weil sonst... Es ist zu hell mit diesem Licht. Da... Da geht... Da war doch gerade ne Tür. Ging ja nicht gerade in die Tür? Hm... Okay. Langsam Panik. Quatsch. Ich hab keine Panik. Warum sollte ich Panik bekommen? Ich bin ein Erwachsener... Ohne jegliche Furcht. Und Tadel. Okay. Okay. Ich denke mitten. Keine Ahnung, ob hier noch was ist. Okay. Dann will ich hier raus. Huh. Und Tür zu. Okay. Das läuft doch bis jetzt ganz einwandfrei. Das läuft bis jetzt alles nach Plan. Okay. Ich möchte hier bei dem Baum dingens bleiben, weil sonst... Was ist das? Warum bist du so ein Lasse? Okay. Ich bleibe einfach hier immer. Ich geh meine Wege. Okay. Langsam wird's. Also keine Panik. Wir gehen hier weiter. Hier ist ein... Hier Dings. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Bin echt super. Ich geh jetzt hier lang. What? 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 Oh shit. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. No, 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 no. Was? Was willst du von mir? Oh shit, du. Oh Gott. Okay. Ich krieg die Seiten. Ich krieg sie. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.